herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von solstice wir sind jetzt im sechsten kapitel wir haben ja beim letzten mal gesehen wie wir die kraft freigeschaltet hatten die in briar verborgen ist und nach dem krassen boss fight den wir da noch hatten jetzt gehen wir weiter schauen wie es weitergeht silberstraße brücke von eldenmeer gucken wir mal was uns als nächstes erwartet der bossfighter war ja schon ziemlich krass blaue kristalle immer geil ich hoffe wir kriegen jetzt mal ein paar mehr blaue kristalle weil bei blut gibt es noch jede menge frei zu schalten die hat nämlich noch jede menge fähigkeiten die wir bei jeder menge sehr gute fähigkeiten wir sind nicht hier für die sicht so wie es aussieht sind wir gar nicht mehr so weit weg vom riss wie gesagt auf jeden fall fehlen sehr viele blaue kristalle weil loot hat jede menge fähigkeiten die wir freischalten können mal gucken vielleicht kriegen wir ja noch ein paar weil blaue kristalle sind echt mangelware wie gesagt so Was ist das, was ist das passiert? Glücklich, es wird wieder passieren. in die fliegenden geister was mit seinem kopf passiert jetzt können die uns ankotzen oder was ja muss man glaube ich aufpassen was war das schicke aber die anderen lebten doch noch ok sind jetzt mit dem dicken gestorben man hat die fette köpfe ein bisschen leben wir noch gut jetzt umgehen die kristalle verbrauchen da war ein bisschen was drin noch nicht wirklich viel ja an der seite geht es nicht weiter aber an der seite geht es weiter das ist noch ein kristall den war voll geladen würde ich sagen wir benutzen mal einen den nehmen wir mit also auf der tastenzahl 4 könnt ihr gegenstände benutzen wie halt gesundheit na diese kristalle komm ich nicht mehr da hoch da ich denke wir haben wir den kristall zerstört oder ist da noch was sieht man jetzt gerade schlecht ich würde auch gerne noch hier mitnehmen ich würde auch gerne noch hier mitnehmen ich hätte mir nein das ist nichts mehr sieht nur so aus wahrscheinlich ok speichert wach posten wir sind immer noch auf der brücke ok hier oben ist wahrscheinlich wieder ein kristall gewand na das müsste ich mal noch schauen dass man das irgendwie vielleicht verlängern kann komm schon ja komm schon loot ich will da hoch jetzt ok jetzt kann sich ausruhen ach so die müssen wir wahrscheinlich zerstören ach so mich ja das ist echt wie zu einer kurzen zeit das muss man irgendwie müssten wir das verlängern das die das ist länger aktiviert bleibt also so ja jetzt lassen wir die erstmal wieder so jetzt ist sie wieder da ach es ist doch alles ok nochmal ok nochmal ok nochmal ok so wird dort nichts hier ich bin weg ich bin weg ich bin weg nicht das problem ist man muss dann von Q direkt auf E wechseln und wenn man das gemacht hat muss man dann versuchen den kristall zu zerschlagen und ich bin weg das die plattform auch nicht ein bisschen tiefer gemacht hat ich bin weg ich gehe mal hier rüber ok jetzt nochmal ich glaube auch nicht das wir von da hier rüber kommen werden Na komm, komm, komm. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir den Kristall. Jetzt die Frage müssen wir noch weiter... Ich glaube das war jetzt nur für den Kristall da oben. Oh ne, nicht die hier. Die sind aber auch schnell, die Viecher. Ach, jetzt sind die IG auch noch da. Zack. Ja genau. Zack. Er erledigt. Wir kriegen jetzt auch ein paar mehr blaue Kristalle. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Gesundheit wäre jetzt mal nicht schlecht, ne. Aber ich möchte jetzt umgehend die Kristalle verbrauchen. Ja, die werden wir wahrscheinlich... ...für Bossfights... ...brauchen. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, hier geht es nicht weiter, also müssen wir wahrscheinlich doch bei den Plattformen her Also müssen wir doch hier hoch Das müssen wir beim nächsten Aufwerten unbedingt Ändern Die Fähigkeit versuchen abzugraden Als nächstes, weil Es mir doch ein bisschen zu wenig Zeit ist Das hat natürlich nicht geklappt Wie immer ist beim ersten Versuch nicht geklappt Jawohl Beim dritten Versuch geschafft Neuer Rekord Okay Das hab ich mir schon gedacht Das ist das wieder nicht Okay, dann geh erstmal Dann machen wir es jetzt nochmal Da bist du ja wieder Jetzt gerade wo ich Auf die Plattform springe Springen Sie mal zu spät Na, wir kommen schon noch da hoch Jetzt haben wir es So, jetzt fehlt noch Nein Okay Wieso soll ich das denn schaffen Okay, versuchen wir es Nein Oh, das war doch knapp Das war so knapp Das war so knapp Fast geschafft Das heißt Heißt sich auch unfair Das ohne Plattform zu machen Ja, weißt du was, Loot Da war ich fast da oben Und dann Ja, jetzt machst du das nicht So Jetzt kannst du gerne Das müssen wir auf jeden Fall Als nächstes angehen Diese Fähigkeit Dass das verlängert wird Jetzt lassen wir die Erstmal einmal weggehen Und dann Versuchen wir das nochmal Mit dem roten Kristall Da müsste noch Einen Schlag Müsste sein Dann müsste der Eigentlich erledigt sein Ja Gut, waren zwei Schläge Jetzt müssten wir eigentlich Über die Leiter da hochkommen Okay Versuchen wir das Ganze doch mal Warum hältst du dich nicht fest Wow, geschafft In der letzten Sekunde noch Okay So Wir müssen jetzt schon langsam Fast beim Riss sein Stadtmauer Okay Versteckt sich doch schön Im Kristall hier Immer her damit Oh, Leighton schon lange nicht mehr gesehen Ach, da ist er doch Wie gerufen Der kommt wie gerufen Dear sisters It seems you're not dead If I had been able To place a bet I would have lost Crows, alas Are poor company For a betting man And worse For conversation I don't understand Where this is going But I doubt I like it Come Regale me with a tale About the formidable Possessed you faced You were watching I am An observer After all Yeah, it's Yeah, it's Yeah, we need Is this A bit A bit Can Anyway It looked like It might not Go your way For a moment It was not easy But we prevailed That's what matters Isn't it I wonder what happened That turned the battle In your favor Not everything Can be learned In Durant's training grounds It's hard But we learn quickly Or you're just Running faster Towards your Inevitable demise If there's nothing else Donovan awaits us You met Sir Donovan The Shadeless Yes He has just arrived Scouting ahead Before the rest of the Reinforcements reach Illidan Has he not reported To you, Leighton? No Not Yet He's a veteran He doesn't answer To a dear observer I suppose You envy him, Briar A battle-hardened knight A known wolf Follow him in battle By all means But remember You do Answer to me Okay Okay Aber ich bin immer noch Der festen Überzeugung Dass Dieser Dayton Richtig Dreck am stecken hat So Geh mal eben in den Laden Ich bin immer noch Am überlegen Auf wie muss hier So eine Asche Der gefallenen Chimera Kaufen sollten Ist vielleicht nicht schlecht Eine im Besitz zu haben Falls wir mal im Kampf Irgendwo drauf gehen Ich glaube wir nehmen eine mit Eine nehmen wir mal mit So Fertigkeiten Schauen wir mal bei Loot Eben Ist das nicht Bei Feld gewesen Ich bin mir jetzt nicht sicher Gerade mal gucken Gibt das hier irgendwo wahr Erlernen Wird ein Feind besiegt Der unter dem Einfluss Eines Feldes steht Wird die Entropie reduziert Die Reichweite Beider Felder Erhöht sich Basierend auf Briar und Loots Einheit Nein Ist das ja auch nicht 1500 bräuchten wir noch Gerade gucken Ist das vielleicht bei Defensiv Ich glaube nicht Unterbrechung Die Abgängtheit Zwischen zwei Bonus Verteidigungsreaktionen Wird verringert Okay Loot kann Eine weitere Kann auch Angriff Vom Feinden Der mittleren Ruhnenplätze Unterbricht Das wäre jetzt mal Vielleicht nicht schlecht Dann müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was sammeln Mal gerade noch ein paar Briar rein Ich glaube hier können wir auch gar nichts machen Das billigste war 7500 Kenntnis haben wir ja schon durch Ne ok Ja das weiß ich wo ich dich finde Vielleicht können wir ja nachher nochmal Eben zurück Aber hier kommen wir ja glaube ich nicht mehr hoch oder Na ja gut Schauen wir mal nach He was bluffing I don't believe He even knew Donovan was here I am more trouble But he wants us to spy on him So that's what he meant I like him less and less The Order has too many secrets It'll get no more from us Okay der Rest ist nicht mehr weit weg Oh ein blauer Kristall Das ist gut Das ist gut 1600 Das ist sehr gut Jetzt kommen wir aber leider nicht mehr zurück Das ist blöd Okay Hier runter kommen wir wahrscheinlich nicht What is this I have never seen anything like it It looks like a shot wave Frozen in crystal formation But more than that It's infused with traces of a powerful aura An echo The one from the convoy Yes I'm sure It came through here Whatever happened here left this behind I want to know what it was Okay Er kommt mir die Gegend mal Okay Okay Hier ist was Still I I Okay, oh no. Ah, hier vorne. I recognize an aura. It caused the blast as it broke free. I couldn't tell before because of the lead carriage. Now I'm sure. This is what the other Chimeras fought. Fought. And lost. What is this thing, Lute? A wraith could not have been caged in the first place. It must be possessed. Even stronger than the one we faced earlier. Oh, mein Gott. Okay. Noch stärker. But why did they bring it here? Did they even know? They did as they were told. They were slaughtered. Or they were sacrificed. We need to find out why. Okay. Ich würde sagen, für heute bin ich raus. Und schauen mal im nächsten Video, wie oder wer die beiden Chimeren, die gegen den gekämpft haben, wer die geopfert hat. Und ob wir denjenigen finden oder herausfinden, wer es war. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.